Und weiter geht's ihr Lieben mit einem neuen Video in Russian Fishing Fair. Heute zeige ich euch mal die sieben wichtigsten Spots, die ich bisher im Grundangeln befischt habe und mit denen ich am meisten Fische rausgezogen habe. Also, legen wir los mit natürlich dem Moskitosee, dem ersten wichtigen Gewässer, wo man angeln kann und wo man natürlich auch schön nach rauszieht und Kaffeeaufträge absolvieren kann. Denn das ist eben das A und O. Oha, da ist aber hier gerade ein Brocken dran, ey. Ja, und einer der Spots, der halt immer irgendwie auch funktioniert, ist diese Stelle hier, 52, 84. Und ich würde fast sagen, diese Spots hier, die nehmen wir einfach mal beide zusammen. Das heißt, einmal hier links die großen Anleger oder auch hier den kleinen Anleger. Diese beiden Stellen funktionieren eigentlich immer, auch mit verschiedensten Ködern. Ich habe jetzt zuletzt nochmal mit kleinem Setup und feinem Setup gestanden und habe da sogar ein paar Güster, schöne maßige Güster gezogen. Und weiß der Geier, was da jetzt gerade dran ist, irgendwas Mächtiges macht mich hier gerade fettig. Ich habe jetzt die letzten Tage noch ein bisschen mehr hier am Moskito geangelt. Hauptsächlich habe ich bis jetzt, und das ist fast, ja, halb auf 18 bin ich, 17,5. Ich muss sagen, hauptsächlich habe ich am Windenbach geangelt. Und einfach nur, weil die Fische da klein sind und die Kaffeeaufträge optimal sind und man darüber richtig gut Kohle machen kann. Wir können gleich gerne nochmal in die Statistik reingehen. Im Moment sieht es halt hier so aus, dass der Windenbach tatsächlich mit das Ergiebigste ist von der Kohle. Und, ganz wichtiger Punkt, man könnte natürlich auch denken, Alter, geh doch Brassenkloppen. Ist gar nicht so einfach, das Brassenkloppen. Brassenkloppen habe ich zweimal, dreimal gemacht. Jeweils irgendwie eine Nacht. Alter, kommt dir eine fette Schleie an. Uff. 1er Schleie hier vorne, das ist aber krass. Die hatte ich sonst immer da hinten. Heftig. Wir ziehen mal eben hier raus und dann gehen wir auch schon direkt weiter zum nächsten Spot. Perfekt. Ich mache das auch gar nicht so lang irgendwie jetzt, ewig lang an jedem Spot einmal durchangeln, sondern einfach nur mal eben zeigen, wie und wo, also wohin ich da ungefähr werfe, an welchen Stellen, welches Setup. Und dann geht es weiter. Ja, also. Packen wir mal eben hier ein. So. Also, das hier natürlich eine der Stellen. Und wie und was angle ich hier? Ich versuche hier an diesen Stellen, also links und rechts, mit relativ, also zum einen mit relativ großen Ködern auf Giebel und Karauschen und ähnliches zu gehen. Beziehungsweise großen Haken, das heißt ungefähr einen Viererhaken, Sechserhaken, Viererhaken und dann mit Teigen. Gerne natürlich Brotteig. Aber auch einer der wichtigsten Köder hier am Moskito, der olle Regenwurm. Das heißt, Schüppel kaufen, immer zwischendurch schön buddeln. Wie auch schon im Tutorial beschrieben, da auch gerne Points rein investieren anfangs. Und dann da hinten an der Pommesbude immer schön gratis Essen holen, damit sich der Balken hier, der rote, damit sich der wieder auflädt. Und dann kann man da fleißig angeln und die Brocken rausziehen. Ganz wichtig, das allererste, was ich mache, wenn ich einlogge und an diesem Gewässer jetzt hier bin oder an allen Gewässern bin. Ich gehe ins Café und schaue nach, was läuft, welche Fische sind drin. Hier sehe ich zum Beispiel direkt Karausche, Rotauge, Giebel, also diese drei Dinger, Güster vielleicht sogar auch noch. Also diese vier Kaffeeaufträge sind easy zu erledigen. Easy zu erledigen. Das sind 30, 40, knappe 50, nicht ganz 50 Silber zusammen, die man mal ratzfatz eben erledigt, wenn man, und das sind glaube ich sogar, unmaßige Fische, unmaßig, 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 die könnten knappmaßig sein. Mit, naja, auf jeden Fall mit vielen unmaßigen Fischen, die nichts an Silber bringen, macht man hier knappe 50 Silber. Das einfach immer im Hinterkopf behalten und ja, bei Giebel, Karauschen, hier dann natürlich diese Stelle auch schon mittlerweile bekannt, auch im Discord schon immer wieder bestätigt. Wenn ihr Spots sucht, auch gerne einfach in Discord kommen. Ich verlinke das unter dem Video, unseren Discord hier vom Feierabend. Chat und TV oder natürlich hier in-game. Einfach auch hier Channel suchen nach. Feier, findet man da was, findet man, ja, mittlerweile schon über 400 Spieler mit drin. Da natürlich auch gerne einfach joinen mit allem Anstand und Netiquette und dann kann man sich da gerne austauschen. Ja, wie gesagt, hier vorne an der Stelle werfe ich ziemlich genau so aus. Ziemlich genau so. Hier gerne auch, wie gesagt, mit Teigen oder mit Regenwurm. Zack, genau. Und dann hier auch nochmal, das ist jetzt ein bisschen ins Schilf, dann ziehe ich wieder ein bisschen rein. Aber dann stehe ich auch genau so und hier, wenn man Futtermische schon geskillt hat, gerne natürlich hier so bis 45% aufladen, dass man da vorne vor diese Schilfbank hier in diesem Bereich, dass man da die Futterbällchen hinwirft und dann können da Giebel und Karauschen gezogen werden ohne Ende. Ab und zu mal eine Schleie, die hat in den letzten Tagen wieder ein bisschen nachgelassen. Gerne auch mal die Barsche, wenn Barschaufträge drin sind. Ihr seht, es zuppelt auch hier direkt wieder los, gerade erst ausgeworfen und entlüppt auch schon. Jetzt hier gerade mit Mistwurm noch unterwegs, weil ich in der letzten Nacht, schön, kleine Karausche, nehmen wir schon dringend mit, weil ich in der letzten Nacht am dritten wichtigen Spot war und das ist der Spot für mich, wo ich dann tatsächlich auf Kaulbarsch gehe. Da gab es auch den Tipp aus der Community und Kaulbarsch einfach übelst ergiebig. Den sollte man auf jeden Fall mitnehmen, den Kaulbarsch, wenn man da die Chance hat, beziehungsweise wenn man die Kaffeeaufträge sieht. Super von der Kohle, das macht richtig Bock. Also, ziehen wir mal eben rein und dann sehen wir uns gleich am dritten Spot wieder hier für den Moskito. Und wo ich hier gerade hinlaufe, fällt mir gerade auf, aufpassen, ich hatte es jetzt die Tage im Livestream auch schon gesagt, aufpassen vor diesen Bäumen im Wasser. Diese Bäume auch unterhalb im Wasser, weiträumig umangeln, nie zu nah hinwerfen, weil ihr denkt, boah geil, da sind bestimmt ein paar Fische drin versteckt und so. Die Hölle, die kommen direkt aus der Hölle. Diese Bäume verhaken unheimlich oft eure Haken und reißen oder man kriegt sie dann auch manchmal nicht los. Und dazu kommt, es verhakt auch häufig ohne, dass diese Meldung verhaken kommt. Und Katastrophe an allen Gewässern, diese Bäume die absolute Hölle, weiten Bogen davon machen, nicht zu nah dran rumangeln. Schlimm das Zeug. Dritter Spot ist jetzt hier an dieser Stelle und da werfen wir dann auch gar nicht so weit aus. Ich lade hier so, ein bisschen knapp da drüber. Einfach auch auf entspannt. Den Kaulbarsch natürlich im Idealfall am Abend und in der Nacht. Das heißt also nach Abend bis Morgenstunden, da ist dann die Zeit für den Kaulbarsch. Ich hatte hier tatsächlich eine kleine Goldschleie gefangen auch schon. Kleine Goldschleie und einen Spiegelkarpfen hatte ich da drüben auf der anderen Seite gefangen. Auch hier seht ihr, es zuppelt sofort los. Gerade ist ausgeworfen. Auch hier eine Stelle, die halt wirklich gut funktioniert. Und wir gucken uns nochmal eben. Alter, der hat sogar richtig Bock. Vielleicht auch noch eine Karausche hier tagsüber. Das sieht doch schon wieder gut aus hier. Okay, ein Barsch ey. Barsch, bester Fisch. Sehr schön. Also, gucken wir nochmal eben rein, welche Stellen das sind. Schauen wir uns das nochmal genau an hier auf der Map. Also zum einen, wie gesagt, hier oben ganz in der Ecke. Das ist jetzt der dritte Spot an dem Gewässer. Der zweite, beziehungsweise ja doch, der zweite und wichtige ist hier an dieser Stelle. Man wirft quasi auch nur hier an diese Schilfbank. Top. Und der erste Gezeigte war natürlich hier vorne direkt am Anleger. Funktioniert. Gerade wenn man anfängt, einfach da den Regenwurm reinhalten, die Made reinwerfen. Funktioniert immer. Aber, bis hier noch eine kleine Variante oder eine kleine Verbesserung. Ich meine, ich bin jetzt hier mittlerweile Level oder über Level 17 hinaus. Das habe ich mir jetzt vor ein, zwei Leveln ungefähr gegönnt. Mikro Braid Schnur mit einer Tragfähigkeit von nur 2,8 Kilo. Das heißt, super dünn. Man sieht das hier. 0,04 Millimeter dünne Schnur. Ich habe natürlich auch hier 350 Meter von der, von einer schönen Monoschnur. Gute Qualität. Vier Sterne. Hat auch bisher wenig Verschleiß. Mit 5,2 Kilo, um hier richtig hart ans Limit der Route auch zu gehen. Die verwende ich in der Regel, wenn ich auf Karauschen angele. Und wenn ich auf kleine Fische gehe, wenn ich auf Güster gehe, auf wie gesagt Kaulbarsch oder auf Z-Fische am Windenbach, da kommen wir dann gleich zu. Oder eigentlich hauptsächlich komplett Windenbach, verwende ich immer diese Snake Micro Braid. Gibt es halt in verschiedenen Farben. Aber das ist halt wahnsinnig gut. Und der gebe ich gerade auch, wenn man auf Don Kaulbarsch aus ist oder sowas, gleich am Windenbach. Da lohnt sich das. Und ihr seht natürlich auch, die Anzahl der Haken hat sich mit der Zeit vergrößert. Ich bin, ich hatte anfangs die 20er Haken genommen. Mittlerweile bin ich häufig mit dem 18er am Windenbach unterwegs, weil ich ja die etwas dickeren Brocken bei den winzigen Fischen fangen will. Und 12er Haken auch immer gerne noch mit dabei. Und dann ja mittlerweile auch nochmal ein 6er, 4er und 1er Haken auch gerne da wieder für Giebel, Karauschen und alles was ein bisschen fetter werden darf. Was so im 2-3 Kilo Bereich gerne mal rauskommen darf. Glücklich wäre es. Oder ich sag mal, Kilo Bereich reicht ja schon. Aber dann ruhig mal einen fetten Einser Haken drauf machen. Warum diese dicken? Ja, weil man eben auch die ganz dicken Fische dadurch besser bekommt. Vielleicht bei einer etwas geringeren Frequenz. Aber wenn, dann rasselt da halt eben auch was richtig dickes rein. So, hier hat man nochmal einen Regenwurm. Da ist der Kaulbarsch. Den wollen wir haben. Genau an der Stelle. Wunderbar. Das sogar am Nachmittag. Und ich würde sagen, das waren die drei Spots oder meine drei Lieblingsspots hier am Mosquito. Und es geht weiter zum Windenbach. Und da sind wir auch schon am Windenbach. Verhökern wir erstmal das, was wir hier am anderen Gewässer gefangen haben. Ja, und auch hier natürlich wieder genau das gleiche, wie auch am Mosquito oder wie an allen anderen Gewässern auch. Erstmal gucken, was können wir denn fangen? Wenn ich jetzt hier zum Beispiel sehe, Giebel leider nur noch 5 Ingame Stunden, dann ist mir das schon fast zu knapp. Würde es ein bisschen länger laufen und ich würde Giebel suchen, würde ich auf der Map hier oben hingehen. Auf Brotteig, vielleicht Regenwurm versuchen. Einfach hier auf Giebel. Habe ich allerdings relativ wenig geangelt. Ähm, Giebel und Karauschen habe ich in der Regel am Mosquito gemacht. Ähm, Kaulbarsch. Da gehen wir gleich hin. Das ist mit einem meiner Stellen, die ich gerne beangele. Gründlinge und Zobel gehen wir auch hin. Flussmuschel kann da auch mit reinballern. Ich würde sagen, wenn ich es drauf anlegen wollen würde, ähm, ja gut, 600er Zobel ist eher unwahrscheinlich. Das wäre natürlich schon abgefahren. Aber wenn man es drauf anlegt, Gründlinge, Flussmuschel, Kaulbarsch, kriegen wir alles hin. Die drei Aufträge auf jeden Fall. Ähm, 30, 40, ja 45 Silber kriegt man auf jeden Fall hier zusammen. Ähm, ja, ich würde sagen, gehen wir ab zum ersten Spot. Und da sind wir auch schon. Der erste Spot ist gar nicht so weit. Wir sind hier hinter der Insel. Zack, direkt hier knapp ausgeworfen. Ähm, auch hier, wie gesagt, gerne halt mit der Mikrobraid. Mit kleiner, mit kleinen feinen Haken. Und dann, ähm, immer gerne mit Regenwurm. Mit Made. Ähm, übrigens auch immer schön diese, diese Köderpakete kaufen. Die sind dann nochmal ein bisschen günstiger, die Köder. Oder wenn ihr dann irgendwann ein bisschen Kohle zusammen habt, gerne natürlich auch Mistwürmer kaufen. Mistwürmer, super wichtiger Köder. Das ist zwar in der Regel, äh, oder anfangs ziemlich teuer. Das heißt, so in den ersten Leveln wird das wahrscheinlich schwierig. Ähm, aber dafür hat man ja die Regenwürmer. Und dann, ähm, sobald man ein bisschen Kohle zusammen hat, ruhig mal Mistwürmer kaufen. Ja, an dieser Stelle funktionieren gerne mal Muscheln. Oder es, ähm, es gehen eben auch ab und zu mal Gründlinge hier rein. Ähm, einfach eine Stelle, die, ähm, ich sag mal recht abwechslungsreich ist. Das trifft aber eigentlich auf alle Spots zu. Ähm, es gibt eigentlich kaum eine Stelle, ähm, die dann komplett einseitig ist. Gerade bei diesen Allrounder-Ködern, ähm, ist eigentlich immer alles drin. Barsch übrigens, wenn ihr den Kescher irgendwann mal voll habt und ihr schwollt so ein paar, paar Fische rausschmeißen, die unmaßig sind. Weil das gerade so geil lüppt. Barsche immer schön behalten. Weil die sind auch gerne mal drin. Fünf Barsche, 50 Gramm als Kaffeeauftrag. Und, ähm, von daher solche Fische behalten. Was man mal wegwerfen kann, ist zum Beispiel die olle Brasse, die Jungbrasse, die silbrige, kleine. Ähm, die ist ständig hier mit dabei. Ständiger Begleiter, ich packe sie in der Regel schon gar nicht mehr in den Kescher. Ähm, ich schmeiße die, wenn die dran sind, sofort wieder rein. Die will ich gar nicht mehr haben. Ähm, und ansonsten, wie gesagt, am besten alles mitnehmen, alles verkaufen. Gerade natürlich in den ersten Leveln macht das schon Sinn. Apropos Kaffeeaufträge, gucken wir mal eben rein jetzt hier. Mit 17,5 bin ich, joa, auch aufgrund, hier sehen wir die Statistik. Aufgrund der ganzen Angelei natürlich, hauptsächlich an diesen kleinen Gewässern, habe ich mittlerweile über 3100 Fische gefangen. Ähm, gut, neun Trophys waren mit dabei. Das geht eben auch ganz flott bei so vielen kleinen Fischen. Und insgesamt jetzt 100 Kaffeeaufträge schon absolviert. Ähm, ich glaube, das ist auch schon ein ganz guter Schnitt. Wir liegen jetzt mittlerweile kohlemäßig auf dem Account hier bei knapp 2000. Ich fange ja jetzt mittlerweile das Sparen an. Mit Level 17 müsste man auch mal langsam Gas geben. Ähm, ja, 2000 schon bald zusammen. Ähm, hier unten sieht man natürlich so ein paar Experimente. Das heißt, einmal hier der fette Amur. 10 Kilo auf diesem Setup. Ist natürlich schon ein bisschen heftig auf der La Certe. Ähm, aber klappt natürlich auch. Kartoffel, ähm, äh, an der alten Festung. Unten in die Ferse quasi. Unten am Fuß in die Ferse rein, wo zur Zeit der Aal, glaube ich, laufen soll. Wenn ihr das ausprobieren wollt, einfach mal unten in die Kommentare schreiben, ob es da gerade lüppt mit dem Aal. Dann muss ich das auch mal testen. Ähm, aber ansonsten war ich nicht so viel auf große Fische unterwegs. Und, das wird wahrscheinlich auch irgendwann, wäre es eh aufgefallen. Ich habe keinen Spot dabei an der alten Festung. Wir gehen mal zwischendurch zum nächsten Spot. Ich habe keinen Spot dabei an der alten Festung, weil ich an der alten Festung fast gar nicht geangelt habe. Ähm, ich hatte einfach zu oft das Risiko, oder mir war das Risiko zu groß, dass dort irgendwas Fettes reingeht und mein Setup noch weiter verschleißt. Deswegen habe ich die alte Festung recht viel gemieden. Habe da wirklich nicht viel geangelt. Und habe dann lieber hier so geangelt. Hier zum Beispiel, auch da, abends oder nachts, immer gerne auf Kaulbarsch. Eine Stelle, die wirklich gut funktioniert hier. Ähm, auch hier gar nicht so weit ausgeworfen. So ist das hier ungefähr. Ja, das passt ganz gut. Übrigens, die Frage kommt immer wieder, wie ist das mit dem Klippen? Ich klippe eigentlich gar nicht. Ich glaube, ein Klipp ist noch eingestellt hier vom Mosquito, weil ich da mit der Futtermische geangelt habe. Aber überall, wo ich natürlich keine Futtermische verwende, klippe ich natürlich auch gar nicht. Ähm, ja, es bimmelt sofort los. Einfach geil. Einfach geil. Ähm, deswegen also an solchen Stellen hier, wo ich einfach nur mit einem Regenwurm oder Mistwurm rumhantiere, wird natürlich überhaupt nicht geklippt, sondern einfach so nach Gefühl rausgeworfen. Beziehungsweise, ich schaue mir genau an, wie weit fliegt denn hier das Ganze. Ich werfe jetzt hier so 20 nach, habe ich aufgeladen. Zack, dann reicht mir das. Und dann komme ich auch ungefähr an dieser Stelle, wo ich hin will. Und, äh, wenn ich da so in diesem Bereich dann bin, hier jetzt so, dann bin ich da schon ganz zufrieden mit. Und dann kann ich aber auch zwischendurch mal testen. Wenn ich sage, okay, hier ist irgendwie vielleicht gerade zu wenig, dann werfe ich vielleicht mal, lade ich vielleicht so 30% auf. Werfe einfach mal ein bisschen weiter. Und, ähm, wenn da dann vielleicht mehr geht, kann ich die anderen Routen auch da hinwerfen. Aber das eben ganz entspannt ohne Clip, sondern hier einfach nur, ähm, nach prozentual aufgeladenen, ne. Also, wie weit lädt man dann sein, den Auswurf quasi auf. So, wie gesagt, hier ganz wichtiger Spot. Ab und an auch mal hier einen Don-Kaulbarsch. Hauptsächlich aber dann eher auch die normalen Kaulbarsche hier dran gewesen. Ähm, gerne natürlich auch mal wieder die olle kleine Brasse war mit dabei. Was haben wir hier? Oh ja, kleine Karausche. Also hier die Stelle. Hier war ich seltener, aber ansonsten war ich hier auch noch ein wenig. Und hier. Also eigentlich eine recht breite Area, die man sehr schön kreuz und quer beangeln kann. Ähm, passt. Wie gesagt, für mich Kaulbarsch war immer hier. Gerade wenn Kaffeeauftrag war, Kaulbarsch, zack, immer hier hin. Kommen wir zu meinem Lieblingsspot der letzten drei Tage. Und da muss ich sagen, es ist sogar nicht nur der Lieblingsspot der letzten drei Tage, sondern es ist, glaube ich, sogar der Lieblingsspot der letzten drei Level, würde ich fast sagen. Es ist nicht oder nicht mehr diese Stelle, sondern es ist mittlerweile diese Stelle. Gar nicht so weit von der anderen guten alten hier entfernt. Aber hier war es irgendwie nicht mehr so ganz schmackig. Und hier hingegen war es in den letzten Tagen einfach der Hammer. Letztens jetzt noch im Livestream wieder rumprobiert und rumgeangelt. Was hatten wir? Mit Kaffeeaufträgen hatten wir hier, ähm, 160 Silber in der Stunde. Also für einen Low-Level-Account, beziehungsweise hier ist ja auch jetzt nicht irgendwie großartig was geskillt oder so. Einfach nur aufgrund, ganz easy. Und ihr seht, hier bimmelt es auch schon los. Und der Hauptpunkt, warum das hier so ergiebig ist, sind natürlich die Fische. Z-Fische laufen hier gerade, Zobel, manchmal eine Zope. Ähm, Donn-Kaul-Barsch, immer mal wieder einer dran mit ungefähr 100 Gramm. Äh, bringt alleine schon 24 Silber, so ein kleiner Donn. Ähm, Barsche natürlich auch Gründlinge, regelmäßig Gründlinge. Ich habe schon wieder hier eine Gründlingstrophy gefangen. Ähm, also hier die Stelle, mega gut. Mega gut, macht einfach richtig Bock. Ähm, wie gesagt, eine meiner liebsten Stellen jetzt in den letzten Tagen. Übelst ergiebig. Und das Wichtigste natürlich, das Wichtigste, ähm, oh, die ist maßig, die nehmen wir mit. Das Wichtigste, minimaler Verschleiß. Ich habe hier keine Sorge, dass ich irgendwie leer gezogen werde. Ich habe hier keine Sorge, dass mir meine Rute bricht, meine Schnur abreißt, meine Rolle explodiert oder weiß der Geier was. Es ist einfach entspanntes Angeln hier. Man kann ratzfatz hier den Kescher voll machen. Und selbst wenn hier mal ein fetter Fisch drauf geht, kann man eben auch hier hervorragend noch das Lenken des Fisches und das Drillen des Fisches kann man hier skillen. Und man kann hier, kommen alle wieder rein. Und man kann hier schön üben, wie man eben mit dickeren Fischen rumhantiert. Ähm, einfach eine top Stelle. Wie gesagt, die ganzen Jungenbrassen, die unmaßigen, schmeiße ich alle wieder rein. Die will ich gar nicht im Kescher drin haben. Aber hier, guck mal, eine Nase auch immer wieder gut. Schöner Fisch, nehmen wir auch immer gerne mit. Also das lübt. Und ich habe es auch mit verschiedenen Ködergrößen, äh, Hakengrößen probiert. Ähm, Zwölferhaken hatte ich auch häufig hier dran. Gerade wenn ich die, die, ähm, die Z-Fische so ein bisschen mehr haben wollte. Ähm, bin ich ein bisschen auf den Zwölfer gegangen. Jetzt gerade in der Nacht natürlich wieder zurück. Nachts einfach schön traditionell klassisch. Ähm, im Idealfall halt den, ähm, den Mistwurm. Und dann auf einen kleinen 20er, beziehungsweise 18er Haken. Denn wir wollen, ja, nicht nur die Zobel, sondern wir wollen auch den Donnen Kaulbarsch in der Nacht fangen. Und wenn wir den halt hier, oder wenn wir die Chance haben, oder wenn wir hier schon stehen an der Stelle. Und hier gibt es halt durchaus mal den Donnen. Dann können wir natürlich auch versuchen, ihn zu fangen mit den richtigen Köder. Mit dem besten Köder für den Donnen. Ja, Zobel, auch da absolut ergiebiger Fisch. Aber auch hier nehme ich natürlich nicht die, äh, unmaßigen mit. Karausche unmaßig nehme ich mit. Barsch unmaßig nehme ich mit. Rotauge unmaßig nehme ich mit. Alles für Kaffeeaufträge. Weil die Aufträge sind halt drin. So, löschen. Der Rest bleibt dabei. Weiter angeln. Rausziehen die Brocken. Und ich würde sagen, gehen wir zum letzten wichtigen Spot, an dem ich auch mehrfach war und einiges rausgezogen habe. Ja, und der letzte Spot befindet sich tatsächlich hier am Belaya. Und auch da das gleiche Spiel wie an den anderen Gewässern. Wir sehen hier gute Fische, die wir hier tatsächlich rausziehen können. Ähm, am Belaya. Das passt ganz gut. Das passt auch. Also, die oder auf die ersten hier, da können wir es mal probieren. Und wir gehen am Belaya nicht hier auf die Spinning-Seite, sondern wir gehen hier hinten hin. Einfach auf die entspannte und auf die ruhige Seite, wo das ruhige Gewässer ist. Ja, und dann ist das eigentlich hier so dieser Bereich. Auch mal hier. Oder halt hier so. Ähm, dass man sich dann hier hinstellt. Ich habe jetzt hier auch gerade nochmal die ganz feine Montage noch drauf behalten. Die ganze Zeit mal nichts geändert. Wobei, wenn ich jetzt sehe, dass da Giebel und Karauschen drauf sind, mache ich hier meine Monoschnur drauf. Hau hier vielleicht sogar nochmal, aber das stellen wir dann gleich woanders mal hin. Ähm, Giebel und Karauschen mische ins Futterkörbchen. Viererhaken groß. Und wir fangen mal an mit dem Weißbrotteig. Und das würde ich sagen, werfen wir dann aber mal hier vorne hin. So, und dann legen wir hier so einen kleinen Futterspot an. Und mit den anderen Routen dann hier auf entspannt, fein und zart. So, kleiner Haken, dünne Schnur. Und dann hat man das hier alles schön im Blick. Man hört natürlich, wenn es da hinten bimmelt, dass man dann da dran geht. Ähm, und dann kann man hier an der Stelle auch hervorragend angeln. Auch hier zählt natürlich so ein bisschen Variation. Variation in den Ködern. Ähm, gerne einfach mal verschiedene Naturköder hier durchprobieren. Äh, Borkenkäferlarve hat immer noch wieder ganz gut funktioniert. Ähm, auch Kaster ging ganz gut. Ähm, Eintagsfliege und Köcherfliegenlarve kann man auch mal testen. Und für die anderen Weißfische, für die Friedfische natürlich auch die verschiedenen Teige. Ähm, also einfach eine gute Allround-Stelle, um einfach die Köder, die man halt im Low-Level-Bereich hat, komplett auszunutzen. Joa, das waren die wichtigsten Spots. Und mit diesen Spots plus, wie gesagt, den Kaffeeaufträgen, habe ich es bisher geschafft, halt wie gesagt, knappe 2000 Silber ranzukriegen. Oder weitaus mehr. Ich habe ja schon viel wieder ausgegeben. Ähm. Das Level geschafft. Ähm, 100 Kaffeeaufträge gemacht. Die nächsten folgen, ganz sicherlich. Und damit werde ich auch noch weitermachen. Und zusehen, dass ich dann halt irgendwann im Level, ja, ich sag mal 22 wahrscheinlich, mir dann erst ein richtig dickes Setup leisten kann. Mit dem geht es dann weiter in Richtung Karpfenangeln natürlich. Wenn dir das Ganze geholfen hat und gefallen hat, dann einen Daumen da lassen, den Kanal natürlich abonnieren, wenn nicht schon längst geschehen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags in der Regel ab 21 Uhr. Bitte. 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 Bis zum nächsten Mal.